KNOCK KNOCK Unlock Nein, KNOCK KNOCK Wer ist da? Who's there? Mary Schön, lassen wir doch draußen stehen Merry Christmas Ja, irgendwie ein bisschen was besseres KNOCK KNOCK Nock KNOCK Nee, ich sag KNOCK, nur du musst sagen Who's there? Sag mal Who's there Ja, du hast doch noch nicht geklopft KNOCK KNOCK Who's there? Nana Nana Musguri? Nana, your business Was ist das jetzt? Was machen wir hier gerade? Kennst du das nicht? Doch, aber es ist im Deutschen nicht so verbreitet Pech, so Ich wollte eigentlich nur einen super Übergang zu unserer App finden Bist du mal so nett und holst den Laptop? Jetzt muss ich auch noch Ja, Amy Wer Witze machen kann, kann auch arbeiten Aufstehen Bitte seid doch mal so nett und holt den Laptop Während ich euch kurz erkläre, was Knock Unlock ist Knock Unlock ist Eine kleine App, die in Verbindung mit einem Macintosh Computer Euren Macintosh entöffnet Beziehungsweise unlockt Das heißt, wenn ihr ein Passwort auf dem Gerät habt Was Emily Wiggum gerade wunderbar präsentiert hat Indem sie als zugeklappte Laptop mir auf die Hand legt Sind sie doch mal so nett und starten den Rechner Und zeigen sie doch mal den Leuten die Oberfläche, die sich hier da bietet Oh, im Licht am besten Welche Oberfläche sehen sie dort? Hätten wir noch? Ich sehe ein Land Da muss man jetzt was eingeben Amy? Ein Passwort Dieses Passwort, bitte nicht eingeben Dieses Passwort nämlich, kann ich jetzt dadurch, dass ich einfach auf meinen Screen hier doppelklicke Guck mal, steht nämlich auch schon Knock Unlocker Star Und jetzt könnte ich einfach doppelklicken Ich probiere das mal Und ihr seht, man kommt gleich oben so ein Du musst doch erstmal entsperren, oder? Guck mal auf das Display Erkennst du diese Ah, guck, hast du gesehen? Ja, wow Zack Jetzt könnte man das nochmal Also, du lockst es damit Und mal gucken, das habe ich gar nicht ausprobiert Ob ich durch doppelklicken das auch dann wieder locken kann Aber wahrscheinlich nicht, wenn dein Handy aus ist Doch, eben dann auch Ja Das ist der Gag Du kannst eben bei ausgeschaltetem Display durch Bluetooth Du musst Bluetooth aktivieren Und wenn das läuft Es gibt so einen super Energiesparmodus bei Bluetooth Das heißt, er kann im Hintergrund laufen Relativ wenig Energie verbrauchen Hat dadurch auch eine geringere Reichweite Ist aber dafür vollkommen ausreichend Weil Du gehst ja in die Nähe des Laptops Hast das Telefon meistens in der Tasche Hehehe Also wenn ich im Büro oder neben dir sitze Ich mach so Ich mach so Dann lass dich nicht irritieren Ich lass mich von dir eh nicht irritieren Ja, guck mal Jetzt kannst du den ganz Mach mal Achtung Warte, warte So Du musst ein paar Und schon ist es auf Okay Darf man ganz kurz fragen Wofür braucht man das? Wie oft hast du dein Passwort geändert in den letzten 10 Jahren? Gar keinmal So Und das ist der Grund dafür, Emi Weil viele Leute öfter mal ihr Passwort ändern Und das geänderte Passwort vergessen Und sobald du das einmal eingetragen hast Plus du brauchst jetzt mein Telefon, um den Rechner zu anlocken Achso, ich könnte jetzt nicht das Passwort eingeben Doch, das kannst du natürlich auch eingeben Allerdings wenn du so ein langes Passwort eingibst Was sich kein Mensch merken kann, weil es zu abzuschreiben ist Der ist mit Knock Unlock richtig gut bedient Ah, okay Echt eine coole App Muss man aber wirklich sehr schön Und richtig Na, echt gut Finde ich also Ja Ich auch Für 3,59 Für 3,59 Für 3,59 Für 5,59 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 Untertitelung des ZDF, 2020